Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans Leider habe ich es gestern nicht geschafft eine Folge online zu stellen Dafür kommt heute eine und vielleicht auch zwei, das muss ich noch schauen, ob ich es zeitlich schaffe Und wie ihr sehen könnt, ich bin nur noch Meister 2 Ich habe jetzt endlich es geschafft mich davon loszureißen Champion zu sein Es bringt einem ja doch nichts, wenn man farmen will und ihr seht meine Mauern Ich möchte unbedingt alle Mauern Level 10 erreichen und dazu ist das halt nicht die ideale Möglichkeit hier oben Beziehungsweise vor allem in Champion nicht, jetzt gerade geht es ja schon fast wieder Ich werde jetzt nochmal eben hier nachproduzieren schon mal die Loons Im Moment gehe ich noch mit Loons und mit Minions runter 20 erstmal nur in jede Weil ich natürlich versuche, möglichst viel Dunkles abzustauben Wenn ich schon runtergehe Und bis jetzt ist mir aufgefallen, hm, damit kommst du oft noch an volle dunkle Elixierlager Deswegen schauen wir mal, das hier ist mir zu weit in der Mitte Äh, zu wenig würde ich sagen 759, also bitte Das würde ich nur nehmen, wenn es ganz außen steht Das hier zum Beispiel Äh, die ganzen Magier-Türme und die Infernus stören mich nicht Die beiden X-Bows da unten sind aus Luft, der oben auf Boden, aber Ich weiß nicht, ob ich die Loons so kontrolliert kriege, dass die vorher alles freiräumen und die Minions dann drankommen Der hier, oh, der bietet auch so viel, aber da sind zwei Multi-Infernus Somit habe ich da eigentlich keine Schnitte Das ist mir auch schon fast zu wenig Also 2000 wären schon schön Ausnahme, es steht ein dunkles Elixierlager außen Ich werde euch gleich auch noch so ein paar Angriffe zeigen, die ich noch im Log gespeichert sind Die ich schon gemacht habe Hatte jetzt gerade ein Schild Hab da auch wieder gut Ressourcen verloren während des Schildes Also, beziehungsweise, wodurch ich das Schild bekommen habe, war schon wieder sehr ärgerlich Bin einfach immer noch zu hoch Hier sind über, ihr seht es ja auch in der Suche Findet ihr fast nur Rathaus-10er, die zerstören natürlich eine Rathaus-9-Base mal eben so Im Vorbeigehen Der hier Also, eigentlich würde ich sagen, nein Ist zu wenig Aber wenn man sich das anguckt Das dunkle Elixierlager steht hier außen Könnte ein Tesla vor sein Vielleicht auch zwei Die anderen beiden, glaube ich, sind am Rathaus Ob in der Clanburg was drin ist, weiß ich nicht Ich werde es versuchen Ich bin so mutig Natürlich ist in der Clanburg was drin War ja klar, würde ich mal sagen Ähm Dann Machen wir es doch mal so Kriege ich den Bogieturm zumindest kaputt Und spare mir dadurch Gleich vielleicht den einen oder anderen Lakaien Die waren natürlich nicht so gut gesetzt beim Mage Mal gucken Ihr sollt nicht den Mage angreifen, ihr Vollforsten Ach Mensch, geht doch einfach nur aufs dunkle Elixierlager Ist das denn so schwierig Ja, das reicht War jetzt nicht so der Burner Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen Dass ich den angegriffen habe Aber ich würde mal sagen Kann man jetzt nicht mehr ändern So, mal gucken Was ich euch noch zeigen kann Also, dass ich die Pokale verloren habe War jetzt komplette Absicht Der hier drunter war Auch, wenn ich das schon sehe Von den Ausbeuten her War das auch schlecht Die beide drunter Gucken wir uns erstmal den hier an Ja, das Dunkle ist relativ weit oben Hat natürlich eine Clanburg auch was drin Nicht falsch verstehen An das Dunkle Elixier komme ich da locker dran Aber um was für einen Preis Jetzt muss ich da die Lakaien setzen Um die Clanburg zu zerstellen Ich könnte in dem Fall auch blitzen Aber, äh, nein Zauber brauchen immer so Zum Nachproduzieren Deswegen, wenn ich es irgendwie anders lösen kann Dann lasse ich die Zauber meistens Äh, weg Noch ein Mage So Habe ich dann noch mehr gemacht? Ja, ich habe es dann noch da unten versucht Das war der Fee Ansonsten wäre es vielleicht in Ordnung gewesen Ich habe aber noch versucht Auf die 100% irgendwie zu gehen Auf die 50% zu gehen Ich weiß nur nicht mehr warum Es war klar, dass ich das nicht schaffe Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe War auf jeden Fall ein Fail, würde ich mal sagen Ähm Das hier war auch richtig dumm von mir Ich habe nicht drauf geachtet Ich habe nur gesehen 933 Dunkles Und das Alex 4 Lager steht außen Das Dunkle Habe es dann gemacht Hab da nicht geguckt, wie viel noch verfügbar ist Hab direkt danach abgebrochen Und sie dann Äh, nur 115? Ja, scheiße, ne? Der gute Junge hatte nämlich Anscheinend ein bisschen was in den Bohrern Und, äh, das sieht zwar nicht nach viel aus Aber hier der Wie ihr seht, äh, quasi der jetzt neben dem Kopf der King Äh, der King Der Queen ist Ist genug drin, dass man sieht Da ist mehr drin als in dem Lager War ein bisschen scheiße, würde ich mal sagen Ähm Habe ich denn wenigstens noch irgendwie einen guten Hm Ja Was habe ich denn hier gemacht? Habe ich mir auch das dunkle Elixierlager geschnappt Mit der Queen Nur mit der Queen erstmal Hab mir dann überlegt Hm Ich kriege gut Dunkles jetzt Wahrscheinlich sogar fast alles Aber bei dem sind 50% drin Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich nicht die Queen da abgesetzt Dadurch wird sie mir zerstört Seht ihr jetzt gleich auch Kanone und Zwei Kanonen und der Boogie-Turm Da hält die Queen nicht lange aus Musste dann bei dem Boogie-Turm auch nochmal nachsetzen Weil ich da beim ersten Versuch es nicht geschafft habe Was sehr, sehr ärgerlich war Unten auch noch nachgesetzt Hat es so gerade gereicht für den Boogie-Turm Da war ein Tesla hinter versteckt Und ich merke wie der Air-Server leider schon wieder irgendwie nicht ganz rund läuft Da oben nochmal Lohnsend Da bin ich halt auf die 50% gegangen Weil ich mir dachte, das gibt ja noch gut Bonus Ich war zu dem Zeitpunkt noch in Meister 2 glaube ich Wie jetzt auch Bedeutet 700 Dunkles Bonus oder so Von daher Hat es sich auch gelohnt dann die Armee dafür zu verschrotten Würde ich mal sagen War aber sehr knapp Weil ihr seht 45% Und dann geht der King Wie sollte das anders sein Auf die Mauer Anstatt zu der Bauhütte und so weiter Schickt dann alle Lohns hinterher Alles hat sich auf den King konzentriert Dadurch können die Lohns Aufräumen Und zumindest auf 47% Fast auf Noch 1% mehr Und dann versuche ich mein Glück mit dem Blitzen Ob ich da die 3% kriege Ja, hat gereicht War ein teures Spektakel Im Nachhinein war es auch nicht wirklich souverän Muss man sagen Dann habe ich noch was Den Rest kann ich euch nicht mehr Ach, das ist Verteidigung Nicht mehr zeigen Hier war auch ein Außenstehendes Das hier war ein schönes Dunkles Das hier war auch schön Wie man sieht Auch in Ordnung Aber vor allem ist hier bei dem Den ich da auch gewonnen habe Da war ja noch der Bonus dabei Und dann guckt euch mal noch Gold und Elixier an Der hat sich richtig gelohnt Das war ein schöner Gegner Und ich würde sagen Wir könnten jetzt Eigentlich auch schon wieder losziehen Hm Was sagt denn meine Truppenkonstellation 23, 48 Dann kommen da jetzt gleich noch 2 Minions rein Ein Lohn In der Burg habe ich auch Lohns natürlich Und Armee voll Ein Zauber weniger Nicht ganz so schlimm Für diesen Zweck Und dann gucken wir mal Ob wir noch einen Gegner finden Zum Pokale runterfarmen Quasi Ich weiß noch nicht so ganz wo ich enden will Muss ich mir noch überlegen Aber ihr konntet auch gerade schon sehen 2 Bauarbeiter frei Das ist natürlich auch kein Dauerzustand Das gefällt mir gar nicht Einer ist okay für Mauern Vor allem wenn ich dann wieder farme Aber 2 ist zu viel Ich würde am liebsten immer nur meine Queen hinsetzen Verlieren und gut ist Aber dann ärgere ich mich im Nachhinein Dass ich da nicht genug Dunkles mitgenommen habe Weil die 54.000 Dunkle Habe ich fast komplett jetzt mal eben so mitgenommen Quasi Das ging mal eben so nebenbei Also es war schon Schön Vor allem anfangs habe ich eine Menge Dunkles Alex hier gemacht 172 Wofür soll ich da anreifen Und da komme ich wieder nicht dran Ich habe am liebsten die Leute Die hier Dunkles einfach Die wollen doch Pokale haben Sollen sie mir einfach ein dunkles Lager außen hinstellen Ich nehme es dann freundlich ab Und sie kriegen ihre Pokale Haben wir alle was von Manchmal sehe ich das Dunkle gar nicht Wenn das so ganz leer ist Dann übersieht man das ja schon mal Die Base ist natürlich richtig What the fuck Richtig schlecht Rathaus 10 Und dann solche Mauern Das geht gar nicht Also Leute Tut mir einen Gefallen Lasst das Dann machen Leute Wie ich Die 3000 Kommen ja auch wieder nicht dran Dann machen sich Die meisten Leute Einfach nur drüber lustig Wenn jemand mit Rathaus 10 Irgendwie alles andere Noch auf Rathaus 7 Niveau hat Ey das Das sieht doof aus Das passt halt Farblich und so weiter Nicht zusammen Anscheinend dauert Die Gegnersuche hier Jetzt in dem Moment Etwas Ich würde sagen Ich schneide euch die Restliche Gegnersuche raus Und wir sehen uns gleich wieder Hm Ich weiß ja nicht Aber Guckt euch die Base mal an Die Bohrer sind leer Und zwar komplett Wie ich das sehe Clanburg ist auch leer Da muss das ja alles Hier unten drin sein Na dann versuchen wir mal Unser Glück Überleg auch schon Ob man hier nicht fast Noch auf mehr gehen könnte Aber Ne Wie gesagt Es ist jetzt auch wieder Nicht so die Welt Was es hier gibt So ressourcen schonen Wie möglich vorgehen Haben wir natürlich nicht Darauf geachtet Wie viel der dunkle Bohr Gegeben hat Aber der gibt 1, 2 pro Hit Also Nicht die Welt Womit werfen die Minions Da eigentlich Das sieht aus Als würden sie Pflaumen irgendwie Gegen irgendwas Gegenschmeißen Hm Yeah Sind schon 2 Minions Das ist natürlich Jetzt sehr spannend Für euch das zu sehen Wie ich damit 2 Minions Losziehe Mit den Pflaumen werfenden Minions Wird auch nicht Alles drin sein Ein bisschen Wird in den Bohrern sein Ein bisschen Viel fast 234 In den Bohrern Dazu muss ich Zu viel investieren Lassen wir so 1300 Für 5 Minions Ist das in Ordnung Würde ich sagen Wird jetzt wahrscheinlich Ein paar Loons mehr haben Aber egal Komm wir suchen noch einen Lieb hier gerade Ich würde sagen Die Gegnersuche Überspringe ich euch Direkt wieder So Das sieht mir Doch danach aus Nach vollen Bohrern Da Was Der Bohrer ist voll Und die nicht Hat er vergessen Den einen zu leeren Ich weiß es nicht Aber mir soll es recht Und ich gucke gerade mal Schaffe ich die 50% Hier Äh Nein Dann setzen wir hier Hm 1 2 3 4 Oder 3 Ich weiß es gar nicht Eher zur Ablenkung Als dass sie wirklich Den Turm kaputt machen Komm Schaffst du Sehr schön Ist ja schon Wieder fast nichts drin Gucken wir mal Was hier noch So zu holen ist Hm 500 sind noch da Ich Ach Ich weiß nicht Ja Okay Sind wir mal so nett Setzen hier Einen Wutsauber hin Machen 1 2 3 Und dann nochmal 1 2 3 4 Und dann Genau So hatte ich mir das vorgestellt Dass die Balloons direkt noch das dunkle Elixierlager mit kaputt machen Und dann soll er die Pokale Wir haben die 17 Stück Freut er sich bestimmt Wir haben 2000 dunkles Ist in Ordnung Und ich würde sagen Das war es für heute wieder Wir sehen uns dann morgen wieder Vielleicht habe ich es dann schon geschafft Mich so runterzufarmen Dass ich weiß Wo ich bleibe Und dann geht es wieder Ans Gold und Elixierfarmen Und dann geht es an die 10er Mauern Und ich beschäftige dann endlich Wieder meine Bauarbeiter Und bis dahin würde ich sagen Ciao Ciao